Ah! Scheiße! Scheiße! No! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Jungs, ich hab ein Problem. Jungs, ich hab ein Scheiß-Problem. Ja! Das ist mein Leben. Und ich mach was ich will. Das ist mein Leben. Und ich mach was ich will. Und ich mach was ich will. Ja, 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 ja! Good morning! Wir sind durch. Wir müssen ins Skateboard fahren. Zorn. the Bis zum nächsten Mal. Ah, Scheiße, es ist kaputt. Knie gebrochen, Fuß gebrochen. Scheiße! Ah, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Jungs, ich hab ein Problem. Jungs, das hab ich ein Scheißproblem. Oh nicht, Mann, wirklich? Ja. Ja. Ach, du Scheiße. Wieso denn jetzt bei sowas? Bei so einer Scheiße? Bei so einer Scheiße? Bei so einer Scheiße? Alter, was ist jetzt? Hallo? Was ist denn hier runter? Wo will ich das jetzt hinlegen? Da muss ich aber zum Lothar eigentlich kommen. Nee, wir haben gar nichts im Kopf. Oder soll ich öfter? Ja, wir telefonieren. Hast du Telefon dabei? Ja. Ja, gut, aber das Problem ist ein bisschen... Tja, wir haben uns heute mal was ganz Spezielles einfallen lassen für den heutigen Poolparty-Drehtag. Bitte? Hier ist richtig was los jetzt. Hier ist richtig was los. Krankenwageneinsatz, Notarzt, Feuerwehr. Kehlkam ist in purer Aufregung. Also, wir befinden uns jetzt hier im Krankenwagen. Leider hat Max einen Unfall gehabt. Und ja, ich fahr jetzt mit ihm mit ins Krankenhaus. Und Gott sei Dank, beziehungsweise, was heißt Gott sei Dank, aber es ist das Knie. Das ist ein bisschen schneller. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal weiter hin, die Jungs draußen. Ich fahr jetzt mit. Max ist da drin. Ihr meint heute, ihr seid mich so schnell los oder was? Arschlecker, Dummy. Da drin. Da drin. Da drin. Da drin. Da drin. Da drin.